So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ihr seht es vielleicht hier schon im Hintergrundbild und an allem anderen auch. Wir möchten heute einen Moskito-Raid machen über einen Fan-Raid-Pass. Ich muss kurz gucken, ob das hier passt. Die Lobby ist abgelaufen, das dachte ich mir schon, weil da waren nämlich zwei da. Ich gehe jetzt mal da drauf, vielleicht geht das dann. Das muss jetzt klappen, das muss jetzt klappen. Das ist ein One-Take-Video. Das funktioniert nur so. Ich bin drin, das passt. Das ist privat. Das kann öffentlich. Ich muss Bescheid sagen. Woher sieht es ja? Öffentlich. Go. Oh mein Gott. Nein, ich habe ja gesagt, es sind ja jetzt diese Ultra-Bestien in den Raids und bei uns ist ja leider Chabelle am Start. Der nutzloseste von allen ist leider so. Im Asien-Raum gibt es Voltriant. Der ist einfach mega stark und brutal. Der ist richtig cool, aber kannst du ja nicht raiden. Müsstest du über Fan-Rades machen. Müsstest du hier über Pogo-Raid oder sonst was antreten. Möchte ich nicht. Ist mir zu unpersönlich. Und ja, ich habe mal in der Community rumgefragt, ob jemand vielleicht Moskito-Rades macht oder Voltriant-Rades macht und mich mal einladen kann. Jetzt hat er das der Diamond Mario gemacht mit Voltriant. Da war ich gerade im Auto auf dem Parkplatz. Musste warten, solange Pupsi mit Marie beim Kinderarzt war. Weil ich mit Jonas noch im Auto war, der gerade geschlafen hat, damit wir ihn nicht da rauszehren. Das hat er gut gepasst. Er hat mich zu einem Voltriant-Raid eingeladen. Ich habe meinen Pokedex-Eintrag für Voltriant bekommen auf dem Habanero-Account, auf dem Free-to-Play-Account. Und jetzt habe ich gerade Zeit, nachdem ich Raider Mittwoch aufgenommen habe, habe gesagt, das kannst du ja nochmal machen, nimmst du es aber zu Hause auf. Jetzt hat er mich in ein Moskito-Raid geschmissen. Danke dafür erstmal. Er schrumpft jetzt auch hier. Ich finde ja, okay, Moskito ist jetzt nicht so nützlich wie Voltriant. Aber es ist auf jeden Fall besser, krasser, schöner, cooler als hier Chabelle deswegen. Ich habe zu Hannes damals auch immer gesagt, wenn ein Moskito irgendwann zurückkommt, ich werde ihn so suchten und so raiden, bis ich einen Hunderter habe und das hochziehen möchte. Aber erst, wenn es als Shiny da ist. Jetzt ist es ja nicht als Shiny da. Keins von den Ultra-Bestchen ist jetzt als Shiny da von den dreien. Aber die Zeiten sind eher anders. Der Main-Account ist nicht mehr da. Ich habe jetzt nur noch den Habanero-Account. Ich habe nur noch diesen Free-to-Play. Habe mir über das tägliche Arena-Setzen jetzt immer 50 Coins zusammengespart. Normalerweise hole ich mir dann immer eine Beutelerweiterung oder Item-Erweiterung. Aber ich wusste ja, dass die kommen, die Ultra-Bestchen. Und ich wollte es so machen, dass ich wirklich zwei Fan-Raid-Pässe dann habe. Mir die zusammengespart habe, habe mir dieses Dreier-Bundle gekauft, damit ich für euch ein Video machen kann, wie ich den Pokédex-Eintrag bekomme von Voltriant, von Chabelle, von Moskito. So, mein Gott, dreht er hier durch. Was ist denn da von einem Anfang? Der hüpft die ganze Zeit. Der hüpft, der hüpft, der hüpft. Alter. Wir lassen den Kreis mal so. Genau, das ist der Angriff, wenn er den Bizeps anspannt nach hinten geht. Wir müssen aber weiter hochwerfen. Das Schlimmste, was sein kann jetzt nämlich, dass ich den nicht fange und der Fan-Raid-Pass umsonst war und ich 195 Coins sinnlos ausgegeben habe. Ich meine, gut, ich habe das Dreier-Pack genommen, da hat man ja ein bisschen gespart. Ich hätte zur Not dann also noch einen Fan-Raid-Pass übrig. Den Voltriant ist drin geblieben im ersten, wenn der hier drin bleibt, dann passt das auch. Dann hätte ich noch einen Fan-Raid-Pass übrig, den ich mir wirklich aufhebe. Er ist jetzt drin. Okay, das passt. Ich war übelst angespannt manchmal, wenn du weißt, es geht um alles und du hast gefühlt nur einen Versuch. Auf dem Main-Account ist das wurscht gewesen. Da hast du 100 Raids gemacht, 200 Raids, 300, so gefühlt, das war alles super. Das Gute ist, Maskito ist ja auch unser Kanal-Maskottchen für den Monat Januar. Da habt ihr abgestimmt, ihr wolltet ihn haben, deswegen ist er sowieso immer hier rechts am Rand. Ich habe den jetzt hier gerade auch als Hintergrundbild. Wir müssen jetzt für's Thumbnail kurz behindert sein nochmal, damit wir jetzt Maskito haben als Pokédex-Eintrag mit leider nur zwei Sternen, 10, 14, 11. Aber ich finde dieses Pokémon einfach unglaublich genial. Das Design, dieses Brutale, sieht aus wie eine Action-Figur, sieht aus wie ein Widersacher von Batman, sieht aus wie ein Wrestler, sieht aus wie alles gleichzeitig. Wenn der mal shiny kommt, dann muss ich nochmal ein Fan-Raid machen. Oder auch nicht. Der hat mir jetzt auf meine Medaille geholfen, auf alle möglichen Medaillen gleichzeitig hin und her, aber es wird auch leider der einzige Mosquito-Raid bleiben, den ich habe. Ich habe jetzt noch 75 Coins übrig. Das heißt, sobald ich wieder 200 habe, werde ich natürlich wieder Item-Beutelerweiterung kaufen. Als kleines Schmangal für euch habe ich jetzt aber noch was anderes und zwar habe ich meinen zweiten Glücksfreund. Mein erster Glücksfreund war Mäusekind. Mein zweiter Glücksfreund ist auch Mäusekind. Und ich möchte jetzt hier im Video noch ganz kurz meinen zweiten Glückstausch machen. Dafür habe ich mir hier was rausgesucht, auch was ganz Besonderes. Ein starkes, nützliches, sinnvolles Pokémon. Was geht man dafür ab? Ach komm, wir tun einfach das Ampharos weg. Ich habe heute hier den Ampharos Community-Raid gemacht, ich habe Voltriant gemacht, ich habe Mosquito gemacht, also das alles dabei. Ich kriege jetzt einen neuen Pokédex-Eintrag. Kostet 40.000 Staub und hole mir ein Kyogre auf Level 40. Direkt als Glücks-Pokémon und als Glücks-Pokédex-Eintrag auf Level 40. Das sind zwei Pokédex-Einträge in einem Video. 4.096. Ist ja jetzt gut, ist ja schlecht. Ich mag es gar nicht bewerten. Ich möchte wirklich mit den ganzen kleinen Accounts, die man so im Laufe der Jahre immer hatte und wo man geradet hat und gemacht hat, möchte ich gar nichts mehr machen eigentlich. Ich werde mir fehlende Pokédex-Einträge rübertauschen auf den Habanero, aber die Zeiten, wo ich jeden Tag alle 18 Accounts in Arenen gesetzt habe, interagiert habe, einen Stopp gedreht habe, einen Pokémon gefangen habe, die sind vorbei. Das habe ich gemacht, als ich den Haupt-Account noch hatte, weil da ging es um alles. Dass man die auch immer gesetzt hat, um Coins zu kriegen, um Raid-Chinese abzustauben und auf den Main zu tauschen. Jetzt brauche ich das alles nicht. Das heißt, ich könnte die kleinen Accounts alle ausschlachten bis zum Gehtnichtmehr. So hat man sich jetzt einfach einen Kyogre auf Level 40 gepusht. Und hat das im garantierenden Glückstausch sich rübergegeben. Und hat jetzt einen 96er Kyogre bekommen. Im Pokédex-Eintrag. Das heißt, wenn der irgendwann mal wieder so kommt, dass du auch Proto-Energie kriegen kannst, kannst du dir ein dickes, fettes, krasses Kyogre machen. Das ist das eigentliche Highlight auch noch von dem Video. Danke aber an Diamond Mario für die Hilfe bei den zwei Raids. Das ist stark, jetzt dieses 96er Kyogre noch zu bekommen. 15 Angriff, auf jeden Fall beste. Hannes hat mir letztens auch einen Level 40er Rai Quasa rübergetauscht. Ich habe das auch noch vor mit Groudon. Sobald man Lucky ist oder wenn man einen 2018er hat, das mal auf Level 40 zu pushen, rüberzutauschen. Und baue mir gerade da was auf. Ich baue mir gerade ein Schloss der Einsamkeit und noch mehr. Ansonsten können wir ganz kurz hier mal Shiny-Check machen bei den Pummel-Lufs. Wenn wir einmal hier drin sind, das ist nichts. Weil das Event läuft ja auch noch. Jetzt guckt mal hier. Das kann auch noch weg. So, fertig. Die Hut-Huts, gucken wir uns kurz an. Das ist auch nichts. Jetzt habe ich gerade gesehen, Bloody Mary hat jetzt auch eingeladen für Mosquito. Ich hatte wie gesagt in der Raid-Gruppe, in WhatsApp und im Fanshade nachgefragt, falls jemand vielleicht die Möglichkeit hat, noch Mosquito zu machen. Ob mich jemand einladen könnte mit einem kleinen Account, mit einem großen Account, mit einem Fake Account, mit einem Onlyfans Account, mit irgendwas. Ich habe jetzt Hilfe, jetzt kann ich es wieder löschen. Dankeschön an alle, die das machen wollten. Auch Grüße an Abins Tierheim. Der hat auch gesagt, er könnte auch. Hätte die Möglichkeit. Danke an Serena, danke an Mario. Mario, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich bin durch. Ich bin durch, ich bin fertig. Der Tag war stressig genug. Ciao.